Individuelle Traumdeutung kostenlos. Unsere Träume verraten viel, wenn wir die Signale und Symbole richtig lesen können. Traumbilder können Botschaften unseres Unterbewusstseins sein. Diese zu entschlüsseln kann in unserem Verstehen von uns selbst und so bei der Bewältigung unseres Alltags helfen. Das Verstehen ermöglicht die Auseinandersetzung mit verschiedenen Traumbildern. Diese sind jedoch mitunter leider nicht so einfach zu deuten. Hier helfen Literatur und Experten. Gerne möchte auch ich eine individuelle Traumdeutung kostenlos anbieten. Schreiben Sie mir einfach, was Sie in Ihrem Traum gesehen haben und ich werde mich gerne bemühen, diese Zeit nahe für Sie zu deuten. Diese individuelle Traumdeutung soll tatsächlich kostenlos sein. Gerne möchte ich von einigen Fällen, wenn nicht anders gewünscht, dann anonymisiert, bewichten und fortsetzend selbstständig nutzen. Das soll jedoch in keinem Fall Ihr Schaden sein. Wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen möchten, empfehle ich Ihnen, mir einfach eine E-Mail über das Kontaktformular der Website carsten-tot.de zu schicken. Sicher können Sie dann schon bald eine individuelle Traumdeutung kostenlos erhalten.